Ihr kennt bestimmt aus euren Nachrichten das Bündnis zwischen Russland und euren Rechtsparteien, AfD oder FPÖ. Ein anderes Abkommen ist aber völlig unbekannt. Hallo zu Russland direkt. Zu russischen politischen Bündnissen erfahrt man am besten etwas in Moskau. Gut informiert über die Zusammenarbeit sind hier nur Experten. Wie wird es labgeloft? Er ist Leiter des Zentrums für Deutschlandforschungen am Europainstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften, also einer der Top-Deutschland-Politik-Experten. Getroffen habe ich ihn quasi als Stargast bei einem Event von Russia сегодня. Ja, das sind die, denen auch RT-Deutsch oder Sputnik News gehören. Ich habe Herrn Bellow gleich zum Einstieg gefragt, warum die russische Politik nicht nur mit deutschsprachigen Rechtsparteien spricht, sondern auch mit ihnen Abkommen schließt. Der Kontext ist ja klar, da sind die rechten Parteien, aber da sind auch die Parteien, die in einer Opposition zu den entsprechenden Parteien, also Regierungsparteien, in europäischen Ländern stehen. Also sagen wir AfD in Deutschland oder FPÖ in Österreich oder wenn wir dann von Volksfront von Le Pen sprechen. Und in diesem Sinne, das ist eine Botschaft an Westeuropa, ihr unterstützt unsere Opposition und in diesem Sinne, dass auch unsere Antwort, wir kooperieren nicht nur mit den Regierungsparteien, und dann haben wir auch dann die Zusammenarbeit mit denen, die für sie unbefemmt sind. Und ich glaube, wenn wir das ernst sprechen, das sind die Parteien, die russlandsfreundlich sind. Was Le Pen angeht, wenn die sagt, wenn wir an die Macht kommen, dann werden wir die Aktionen aufheben, dann werden wir die Krim akzeptieren und so weiter. Natürlich, das ist eine schöne Musik für ein russisches Ohr. Wenn wir die Diskussion über die konkrete Aussagen oder Programmpunkte geführt hätten, dann vermute ich, dass die offiziellen Persönlichkeiten oder offizielles Russland wäre viel kritischer gewesen, als man einfach Frau Petri im Staatstum, vor kurzem war auch der Besuch, die war dann auch auf der Ebene von Moskau-Regierung einfach Vertreterin von einer aufgehenden Partei, von einem neuen Stern im politischen Himmel von Deutschland, wobei interessant, dass die anderen Vorstandsmitglieder einen Abstand von Petri-Besuch genommen haben. Daher belofte Kontakte und Abkommen mit AfD und FPÖ so Verteidigte, habe ich ihn auf einen Ausspruch Putins angesprochen, keine Radikalen in anderen Ländern unterstützen zu wollen. Das habe ich dann auch gesagt, wenn wir über den Inhalt des Programms gesprochen hätten, das wäre dann auch eine andere Reaktion, aber man unterstützt pro russische Haltung dann die Unterstützung von der russischen Politik. In diesem Sinne, das ist für Russland okay, weil damit versucht man ein besseres Bild von Russland zu schaffen. Was für mich ganz neu war, dass Putins Partei einiges Russland schon seit elf Jahren mit einer anderen deutschen Partei ein Abkommen hat, auf die ihr jetzt wohl nicht kommen würdet. 2006, das war dann auch ein Abkommen über die Kooperation zwischen einheitlichem Russland und CDU. Ich war dann auch gebeten, die Kontakte zu CDU zu finden. Da habe ich natürlich über Parteien eine Stiftung gemacht, von der Adenauer Stiftung. Da habe ich dann auch die Frage gestellt, warum CDU aus meiner Sicht. Da wäre Vereinheitlich Russland vielleicht auch dann SPD oder eine andere Partei gewesen. Und die haben gesagt, CDU ist für uns eine konservative Partei, ohne Begründung. Also man sagt, die Partei verfolgt konservative Werte. Da gibt es auch die anderen Parteien. Und sie sagt, Herr Berloff, also CDU wäre für uns halt Partner. Und es gibt natürlich die kritische Haltung von CDU zu einheitliches Russland. Wie es mir bekannt ist, Abkommen ist nicht, also gilt bisher noch. Also man redet daran nicht, aber CDU bleibt der Partner für die Generatie, für einheitliches Russland. Angesichts Belofs sonst positiver Haltung über Kontakte von russischer Seite mit der AfD war ich fast überrascht, wie negativ er die Partei selbst sieht. Ich habe Frau Petri nicht gern, deshalb meine Haltung zu AfD ist negativ. Oder AfD versucht ein Bild, ein Image, eine Gestalt von einer Volkspartei zu bilden, aber einige Aussagen von den Parteimitgliedern ruinieren lassen. Und man bezieht sofort auf einen Thüringer Politiker, der was auch dann falsch gesagt hat. Und das Bild bekommt die ganze Partei. Und in diesem Sinne, das ist vielleicht auch durch dieses Prisma zu sehen, dass auch das Positive, was auch die Russlandspolitiker aus den Beziehungen zu rechten Parteien nehmen möchten, wird das automatisch auf die ganze Ideologie von rechtspopulistischen Bewegungen übertragen und so weiter. Ich glaube, das ist auch viel komplizierter. Und Russland versucht in den rechten Parteien das zu nehmen, was zur Zeit, it's a time being, wie die Engländer sagen würden, gerade in dieser aktuellen Situation von einem Vorteil für Russland ist. Wir können natürlich diskutieren, was auch dann, welche mittelfristigen Konsequenzen das hat, aber das sollten schon die Politologen sagen. Naja, vielleicht gibt es ja bald auch eine russlandfreundliche Wende in der CDU, mit dem Gesicht auf den konservativen Partner in Russland. Abonniert uns und wir sehen uns kommenden Sonntag zu einem neuen interessanten Thema, die Türkei und Russland.